So Leute, es wird Zeit für eine neue Folge Twitch Clips Germany, und zwar Adoptionspapiere 220. Let's go! Hallo und herzlich willkommen auf Twitch Clips Germany! Wow! Ja, genau. Digger. Ich kann das in der Cam irgendwie zeigen. Oh, ich kriege Gänsehaut. Okay, und jetzt machen wir eine Powerbremsung. Elegant als erwartet. Not bad. Oh, wobei, dann kann ich nicht mehr durch die Tür, ne? Scheiße. Okay, ich muss die Teile abbauen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Was passiert da? Oh, oh. Oh mein Gott. Nani? Scheiße. Oh, scheiße. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Guten Abend, Herr Lopez. Ah, 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 ah. Ah, Nightmares. So lange Nightmares nicht gesehen und ich habe heute gesagt, dass wir nach dem Reaction Nightmares den zweiten Teil, das ist der erste, den zweiten Teil spielen. Funny at all. Ja, die haken, aber ich will ja, ich will ja an den Haken, aber ich komme nicht an den Haken. Ich habe das vorhin die ganze Zeit versucht. Ihr wollt mich doch verkackeiern. So, Achtung. Echt? Oh, perfekt, Alter. Das ist glaube ich für uns jetzt am besten. Nee, oder? Ich habe gerade ein großes Problem mit meinem Gehirn. Wie hieß denn das? Das habe ich immer. Und täglich kocht das Murmeltier. Nee. Und täglich singt das Murmeltier. Und täglich ist das Murmeltier. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oh mein Gott. Geht ein Ente in der Molkerei. Guten Tag, was möchten Sie? Die Ente will Quark. Die Ente will Quark in der Molkerei. Die Ente will Quark. Oh, verstehe ich nicht. Was? Die Suki. Ich habe die Suki auf der Branchenparty kennengelernt. Und dann fragte sie so. Ja, kannst du hier auf diesen Zettel hier unterschreiben? Einfach Autogramm? Ja, und ich dann so. Naja, gut. Ja. Habe ich unterschrieben. Und dann klappt das Ding auf. Adoptionspapiere. Warum chatte man scrollt nicht weiter? Äh, warum scrollt... Ja. Ich werde niemals in Horde eine Katze reinpacken. Horde wird katzenfrei bleiben. Was ist denn unangenehm daran, Kronk zu treffen? Ach ja, er tötet kleine Katzen. Das nehme ich! Das nehme ich! Ja! Zum Glück habe ich es auf der Branchenparty überlebt. Mein Gott. So. Was bist du? Bist du nett? Nein, du machst komische Glipschgeräusche. Ich will das gar nicht wissen. Bist du nett? Habe ich gefragt. Oh ne, ich glaube, der ist nicht nett. Das Pixel ist so groß... Also, was heißt Pixel? Das sind alles Pixel. Aber das große Pixel. Also, so richtig verpixel, pixel, pixel, pixel. So gruselig aussehen können. Uah! Aber die Geräusche haben auch viel gemacht. Uah! Okay. Uah! Uah! Wie muss ich mich jetzt drehen? Rückwärts, rückwärts? Da muss ich jetzt nach rückwärts gehen, ne? Also, so. Ich habe aber nach hinten. Also, eine Rechts-Links-Schwäche zu haben, ist ja eine Sache. Aber eine Vorne-Hinten-Schwäche zu haben, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ich liebe dich! Ich liebe dich auch! In diesem Sinne, Kraut! Deckt an euren Wertschätzungsstein. Wow! Was ist passiert? What the fuck? Nee! Ich finde auch surreal, dass fucking Flugzeuge starten können, weil die sind wirklich schwer, glaube ich. Also die sind ja jetzt nicht 3 Gramm leicht und fliegen wie so ein Papierflugzeug durch die Gegend. Ja, der Krieg, Auftrieb und so. Ja. Du warst auch in der Schule. Nicht so oft. Stimmt. Der Gegner. Sind die alle unten? Hier oben, ne? Jetzt holt er ihn sich, ne? Alter, das war ein schöner. Wenn du nicht sterben willst, dann komme ich halt zu dir. Die können alles so schön durch Zehen und mal Zehen nimm. Aber wenn du dann Inch in Mega-Inch umwandeln willst oder in Miles, dann multiplizierst du nicht mal Zehen, sondern so 5,7, 18, 12 mal Saturn hoch zum Zwilling plus was du heute Morgen gefrühstückt hast, mal die Länge von Lincolns Daumen plus die Mitternachtsformel. Okay. Wir machen jetzt nur die engste Familie, ne? Marco hat mir ein Model gemacht. Das heißt, Marco ist meine Model-Mama. Naja hat mir auch ein Model gemacht. Das heißt, Naja ist meine Model-Mama. Marco hat sich selber ein Model gemacht. Das heißt, Marco ist ihre eigene Mama. Und Naja hat sich selber ein Model gemacht. Das heißt, Naja ist ihre eigene Mama. Aber Naja macht Marco ein Model. Das heißt, sie ist ihre Mama. Und Marco macht Naja ein Model. Das heißt, sie ist ihre Mama. Das macht Naja nicht nur zu meiner Mama, sondern auch zu meiner Schwester und zu meiner Großmutter. Marco zu meiner Sis und zu meiner... Boah, ich fühle mich gerade wie in der Schule, wo die Lehrerin irgendwas an die Tafel geschrieben hat und meine Hör einfach nur so... Den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mein Kopf. und ich exerziere einfach wo ist sie da das sieht irgendwie so ich weiß nicht urlaubs mäßig aus ich will auch wieder ein uhr text sicherheit ist doch verbesserungswürdig das ding ist wenn du tipps germany zu häufig sagst dann verhastelst du dich irgendwann halt wirklich einfach das passt nicht mal gucken weil wir zielwasser habe oder nicht das ist eine fiese stolperfalle da wäre ich für apropos wieso habe ich das im free fly chat sagt eine halbe stunden spaß stehen bevor ich glaubt also wir brauchen anderthalb stunden für dieses level so check mir meint ihr muri hätte bock das mit mir zu spielen wenn wir unsere woche machen meint ihr muri hätte bock hast du bock muri bisschen muri action wieder und dann spielen wir das zusammen nicht gesehen dann zeigen wir es noch mal weil das war sehr sagt anderthalb stunden spaß stehen bevor ihr glaubt also wir brauchen anderthalb stunden für dieses level so check mir super bunny man schreibt es auf Heute auch erst wieder über Outlast gesprochen. Ich habe Outlast 1 auch durchgespielt. Nach einem halben Jahr oder so, oder nach einem Jahr, keine Ahnung, irgendwann habe ich es geschafft. Aber das hat mich echt zerstört. Ich habe so viel rumgeschrien und ich war so dead einfach. Komm zu mir. Ja? Gehen Sie schnell schlafen mit dem Bett, dann greifen Sie nicht mehr an. Pupp, pupp. Was? Wie ist das? Was? Hast du mich gerade getrollt? Okay, alles gut. Oh, der ist mal cool aus. Oh, er ist ruhig. Er ist ruhig. Ich habe ihn beruhigt mit Schmatzern. Er brauchte nur Küsschen. Leute. Ich habe ihn gezähmt. Oh, haha. Mehr als gedacht ist er. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist denn jetzt? Hä? Bequemer geht's nicht, oder? Leute. Machen wir jetzt Battle, wer die beschissenste Woche hat, oder wie? Tampon hält sich gerne an feuchten Orten. Oh, Gott. Das war nicht. Ich wusste nicht, was da steht. Ich habe gestern auf dem Klo angesprochen mit... Du bist doch die von Gronkh. Bitte, was? Erstens, ich habe mich nicht dahin gehetzt, okay? Das ist die von Gronkh. Ja, ich habe gesagt, du bist die von Clips Clips Germany mit Gronkh und so. Aber ich habe nicht. Ich habe wieder mein Ton weg. Ich habe wieder keinen Ton. Katha, würdest du bitte synchronisieren, was da jetzt gerade passiert? Ja, 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 ja. Das habe ich gesehen. Ja, also Soundeffekte würde ich sagen, 10 von 10. Finde ich schon gut. Finde ich schon gut. Ja, ja, doch, 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 doch. Ich fand das schon sehr, sehr passend. War sehr strong. Erzo, vielen Dank für deinen Lörg. Vielen, vielen Dank, lol. Das hat gerade voll gut gepasst. Was für eine Antwort ist das denn? Das ist Wahnsinn. So, warte mal, jetzt muss ich eben kurz gucken. Hier ist irgendwo ein Playbutton. Irgendwo. Was ist passiert? Da, da drücke ich jetzt drauf. Geil. Danke für den Ohr, aber mir fällt ihm wieder weg. Ich habe drei Messer-Klins in Folge. Oh Gott, Katze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. You spin my head right round, right round. Andere Stange. Es rauscht im Hintergrund. Wait a minute. Oh. Ich bin gleich wieder bei euch. Oh. Jetzt bohrt es im Hintergrund. Soll ich nach unten oder nach oben? Ich gehe nach unten. Immer in den Abgrund. Oh Gott. Oh Gott. Ich gehe nach oben. 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 Ja, weil das Bild bis hier geht. Ja, ja, ja. Das kann ich. Ja, 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 ja. Die dekadenten Leute haben eine Taschentuchbox, okay? Nein, nein. Die dekadenten Schweizer, die haben Tücher. Ja, das ist was anderes als so billiges Papier da. Das hat er nicht so gemeint, Klopapier-Roddel. Das hat er nicht so gemeint. Er weiß nicht, wovon er redet. Alles gut. Danke. Ups. Hoppala. Ey, wirklich, ich glaube, ich darf mir wirklich keinen Greenscreen holen. Damit passieren so viele Unfälle. Und ich bin, ich bin bekannt für Unfälle. Ich meine, nur deswegen bin ich hier. Auf der Welt. Nein, ich war geplant. Ich war ein geplantes Wunschkind. Ich war ein geplantes Wunschkind. Ganz bestimmt. So, ich habe kein Glas. Das ist sehr, sehr voll. Aber ich finde, wenn ein Glas, was nicht mindestens so voll ist, ist auch kein volles Glas. Nein, ihr schändliches Fick-Vibe. Ich werde euch den Kopf spalten und dann in eure Augäpfel reinpissen, denn ich bin ein heiliger Paladin. Okay, jetzt brauchen wir aber mindestens, wir haben nur noch einen Zug. Wir müssen die drei nehmen. Yes. Okay, okay. Wir haben ihn überzeugt. Okay, okay. Witziges System. Mhm. Ich will endlich in Ruhe schlafen können. Hier, meine Schulden. Und jetzt verschwinde von hier. Ja. 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 Alles klar. Ich meine, wir sind hier angekommen und der Typ war schon tot. Was? Was? Moment. Okay, gut. I'm strong. Ja, das ist halt das Problem, wenn man halt, wenn die, wenn die, wenn die, die, die Bevölkerung sich aus... Genau. Ja, sie hat mich gefunden. Ja, ich brauche ein neues Gesicht. Lassen Sie mich anschauen. Lassen Sie sich anschauen. Die Nase wäre eigentlich gar nicht so hässlich. Ich finde, ich sehe so alt aus. Ja, ja, hübsch sind sie nicht, da könnte man schon was optimieren. Was? Ja, die Dame braucht eindeutig eine Schönheitsoperation, weil ich diagnostiziere Hässlichkeit. Also ich kau einfach immer drauf rum. Das ist so ein angenehmeres Sauggefühl. Munitionsknappheit kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja den hier. Nein. Wo kam denn dieser riesige Tank her? Warum versteckt er sich denn immer im Schussfeld? Oh no. Aber bei Bethesda hat man den Spielen immer bei Release oft schon angesehen, dass die so ein bisschen nicht die neueste Technologie haben. Aber ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Also das ist wirklich hübsch. Also die können die Engine lange verwenden, weil das ist wirklich... Gezinkt. Was? Was war jetzt? Deswegen eigentlich müsste ich die ganze Zeit so sprechen, weißt du? Ja. Aber es ist eben auf Dauer ja schon anstrengend. War übrigens gerade mein Rücken, falls es zu hören war. Alles in Ordnung? Ja. Wenn du redest, vibriert es im Hintergrund. Tja. Ich muss ja auch irgendwie meinen Spaß haben, ne? Oh wow. Finde ich gut. Okay. So bleibt die Reservierung bestehen. Zum Leid all derer, die keine Liege abbekommen haben. Einfach die Liege mitnehmen. Bevor die ganzen Handtuchbesetzer frühs kommen. Ich nehme einfach meine Liege abends, packe die mir auf den Rücken und dann gehe ich damit in meine Kabine. Und am nächsten Morgen komme ich und stelle meine Liege da wieder hin. Schau mal, wie sie abhebt. Nur weil sie befördert wurde. What the fuck? Komm mal runter, Chad. Wenn ich jemals so abheben sollte. Okay, was ist hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stephen King einfach. Gut, dann nochmal einmal zur Aufklärung. Die Worte D***, F*** und H*** möchte ich hier nicht hören. Dann hat halt ein Kind zu mir gesagt, halt deine Fresse. Sveto, ich weiß, dass du so wahrscheinlich mit deiner Mutter redest, weil du ein respektloses Stück Scheiße bist. Und die wahrscheinlich wirklich dann ihr Maul hält. Weil sie hat es ja mit dir anscheinend sowieso verkackt. Genau, ich gehe gerade auf Mutter, um dich nochmal richtig schön zu triggern. Aber in der realen Welt funktioniert das nicht. Nicht wie du vielleicht siehst, mache ich hier mit meine Kohle, die ich mir dann schön tief in den Arsch reinstecke. Also nein, ich höre nicht aufzureden. Denn das ist mein Geschäft, ja? Ich glaube, ich glaube, ich muss mir mal Tipps von ihr abholen, wie man mit solchen Leuten umgeht, die hier reinkommen und so ein Sch*** schreiben. Ich glaube, ich brauche mal Tipps. Ich glaube, ich brauche mal Tipps. Heuschrecke. Einfach Hase. So ein einfacher Name. Hase. Oder Hahn. Nee. Da war der Schreck. Da war das Genick steif. Achso. Das kann sein, ja. Und das ergibt Sinn. Ah! Das war ein sauberer Schrei. Das war voll der saubere Schrei. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Der Horror in dem Game ist aber tausendmal besser als jeder Jumpscare. Ähm, ich denke... Schaust du jetzt mit mir da rein, Hähnchen? Okay. Hast du was aus meinem Mikro rausgebissen? Nein! Kuckuck! Oh no! Weil ich gestern so richtig Bock hatte auf Toastbrot mit Eiersalat. Dann habe ich mir mein Toastbrot gestern getoastet. Habe dann schön, schön, schön so den Aufstrich geschnitten. Drauf geschmiert und alles. War so happy schon. Schon so fast schon so, mhm, geil. Endlich essen, endlich Abendessen. Und dann gucke ich so in die Tüte, wo der restliche Toast drin ist. Und denke mir so... Oh nein. Warum ist das so ein heller Fleck? Das sind meine Augen nur, oder? Das sind einfach nur meine Augen, die gerade irgendwie streichen mir spielen. Dann habe ich besser in die Tüte reingeguckt und gesehen, dass das Toastbrot angefangen hat zu schimmeln. Bitte sei es nur das eine Toastbrot. Und dann habe ich meine geschmierten, getoasteten Toastbrote angeguckt. Und dann waren die auch voller Schimmel. Und ich denke mir so... Oh mein Gott, nein, oder? Klopp, klopp. Wer ist da? Planet. Planet wer? Planet ihr... Planet ihr eine Party. Eure Hoheit. Och... Ja, Mille, dass du da lachst, war mir klar. Dass du da lachst, war mir klar. Ach, der eine schaltet den anderen mit. Nein! Der Amit ist trotzdem ganz geil. Das sieht eins zu eins so aus, sogar mit der Fellfarbe. Bei den Kanonen kannst du ja horizontal anpassen, vertikal anpassen, hier kannst du horizontal anpassen. Und wenn du den Stick hältst, dann kannst du auch die Weite bestimmen, also ja, wieso hat der mich seitlich geworfen? Okay, du kannst hier gar nichts bestimmen. 275 Meter, Leute! Ich kann das, ich kann das! Oh mein Gott, was ist passiert? Was? NANI?! Hä?! Das wurde gerade bei mir abgespielt! Ich glaube, Dankeschön! Dankeschön für 100 Bits! NANI?! Ich dachte, das war bei ihr! Ich habe schon gesagt, hä?! WTF? Dankeschön! Ich sag mal so, mehr als ein Alarm losgehen kann ja nicht passieren, ne? Oh-oh! Ja, geh, leck mich doch am Arsch! Was ist denn das? Guck mal! Hä?! Was ist denn das für... Was? Hä?! Was ist denn das für ein Treppenhaus? Hä?! Ich schieße jetzt einmal hoch! Sicher ist sicher! Dann drücke ich hier auf Null! Die haben damit gar kein Problem, Jaina! Die haben auch kein Problem damit, wenn ich sie anschieße! Oh! Oh! Sie haben ein Problem damit! 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 Oh mein Gott! 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 Nein! Nimm das Ü-Ei! Ja! Nimm das Ü-Ei! Ja! Jawoll! Ich habe tatsächlich morgens auch immer so ein bisschen reingeguckt bei dieser Fahrradtour von denen. Und... Ey, es ist super witzig! Sie fahren einfach nur mit dem Fahrrad, aber ich fand das so unterhaltsam! Und ich finde auch, Ronny ist ja voll das Herzi, oder? Alter! Wie kann man so sympathisch sein? Richtig sympathisch! Richtig sympathisch! Richtig sympathisch! Aber es war auch voll unterhaltsam! So ich habe es schon seit laufen lassen, habe zwischendurch ein bisschen was gemacht! Voll entspannt irgendwie! Voll cool! Und ich habe richtig Respekt davor! Ich glaube, mein Arsch würde schon so bluten von diesem Sitzen, ne? Ich würde so sterben einfach! Ich würde so sterben! So sterben! Wirklich! Ja! 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 Aber hey! Jeder wie er mag! Und jeder wie er mag muss erstmal jetzt ganz kurz die Flasche holen, die die Person aufgefüllt hat und dann einfach auf dem Klo stehen hat lassen! Auf dem Klo? Wait a minute! Lass dir Zeit! Ah lol! Germany! Bitte kommt alle mit zum Raiden! Ich habe das jetzt extra angesagt! Normalerweise, wenn ich jemanden Raid ansage oder so, dann hauen sie alle ab! Aber diesmal kommt alle mit! Weil ich hoffe, dass wir irgendwann bei ClipTip, äh ClipTip, äh ClipTip, äh Egal! Jetzt wirst du drin! Egal! Ihr wisst, was ich meinen! Jo Leute! Das war Twitch Clip! Scherbedee! Lasst gerne einen Daumen nach oben! Schreibt was in die Kommentare! Und schaut euch noch mehr, äh, Stuff an und so! Stuff an! Schaut euch noch mehr Stuff an von mir! Oder, nein, schaut euch natürlich noch mehr Videos von mir an! Das wäre super, super cool! Dankeschön! Ciao! Ciao!